Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, bin ich an einem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Denn mit den Aussagen jetzt, dass die Entrückung so spät stattfindet, innerhalb der 70. Jahrwoche, da schieße ich mich jetzt etwas ins Abseits. Ist mir aber egal, weil es geht ja nicht darum, irgendwelcher Leute Lob zu ergattern. Da müsste man das sowieso anders ansetzen, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, was steht denn eigentlich in der Bibel. Und ich glaube, dass wir relativ weit gekommen sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel dadurch, dass wir im Standbild hier die Beine praktisch wieder zurückgeschoben haben in den Nahen Osten, da wo sie hingehören, sodass dann auch die Beine unter dem Thorsor stehen, ein Ergebnis finden können, was meiner Meinung nach deutlich über das hinausgeht, was bisher in der Literatur beschrieben wurde. Das klingt ein bisschen hochmütig, aber das kann ja jeder nachsehen, auch an der Bibel, und auch feststellen, ob das schlüssig ist. Ich erinnere auch nur mal dran, es gibt einige Theologen, zum Beispiel aus der Schweiz. Dr. Roger Liby, der vertritt ja die These, dass das Römische Reich wieder auftritt in der Endzeit. Und er sagt halt, der Antichrist, der kommt aus Rom, und der falsche Prophet, der kommt aus Israel. Und die zwei, die machen dann halt einen Bund miteinander. Ich glaube, man sieht jetzt, dass das einfach nicht richtig ist. Ja, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel zeigt uns historisch andere Strukturen, zum Beispiel in Jesaja. Und auch ältere Strukturen noch als Jesaja. Selbst Daniel zeigt andere Strukturen. Der schreibt nicht von Rom. Der schreibt von einem Herrscher, der in der letzten Zeit aufkommt. Der kommt aus Syrien, speziell aus Damaskus. Und man sieht eigentlich daran, und auch an vielen anderen Dingen, dass oftmals die Auslegung sich von den Bibeltexten entfernt. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil das natürlich in prophetischen Sachen sein kann. Aber ist das vielleicht auch in zentraleren Glaubensdingen der Fall? Bei der Gottheit Jesu, beim Sabbatgebot, bei der Frage der Bekehrung, der Heiligung, bei den Fragen des Heils grundsätzlich überhaupt, bezüglich Erwählung oder Bekehrung oder Verlierbarkeit des Heils, Heiligung, Fragen der Heiligung. Ist das da auch so, dass man sich mit seinen Vorstellungen so weit von der Bibel entfernt? Ich befürchte fast schon, das heißt aber, dass wir dringend zurück müssten zur Schrift. Und mit den übrigen Themen möchte ich mich jetzt nicht so im Detail auseinandersetzen. Bei diesen endzeitlich prophetischen Aussagen, glaube ich, kann man das sehen, habe ich auch schon mal in einem Clip gezeigt, und zwar bei der Wuppertaler Studienbibel, bei dem Gerhard Mayer, der dann Auslegungen macht zu den Schenkeln des Standbildes, wo er behauptet, dass das tatsächlich im Grundtext Beine stünde und nicht Schenkel, zitiert dann aber Gesenius, einen ausgewiesenen Spezialisten für aramäische Sprache, der an allen Stellen in seinem dicken Machwerk über die Übersetzung des Aramäischen und des Hebräischen ins Deutsche, überall Schenkel übersetzt. Also, Mayer macht das vorsätzlich. Er macht das wissentlich. Er weiß, dass der Spezialist für das Aramäische das anders übersetzt, behauptet trotzdem ohne Quelle, ohne weitere Angabe und ohne Beleg, dass im Grundtext tatsächlich Beine stünde. Ohne das zu beweisen und darauf hinzuweisen, gleichzeitig weist er noch darauf hin, dass der ausgewiesene Experte das anders sieht. Also, das finde ich schon heftig. Man sieht das auch bei Flavius Josephus. Flavius Josephus hat ja auch den Daniel beschrieben in einem seiner Bücher, den Inhalt des Propheten Daniel. Man sieht, wie sehr der Text abweicht vom Bibeltext. Haben wir uns auch mal angesehen. Also, das, was ich behaupte, ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern ich habe das auch gezeigt. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, diese Rom-Theorie, die gefällt mir nicht, sondern ich sage, ich habe eine Alternative anzubieten, die dem Bibeltext sehr viel mehr gerecht wird als die bisherigen Auslegungen. Das ist überhaupt nur der Grund, warum ich die Clips auch mache, um zu zeigen, dass, wenn man eng am Bibeltext bleibt, zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Das ist mit der Entrückung auch der Fall. Das Problem ist, dass der Zeitpunkt der Entrückung von vielen Brüdern und Schwestern oftmals als Ausschlusskriterium genommen wird, um zu verstehen, ob jemand ein Irrlehrer ist oder nicht. Das geht deutlich zu weit. Das geht deutlich zu weit. Denn der Zeitpunkt der Entrückung ist aus dem Neuen Testament eindeutig nicht abzuleiten. Das heißt also, man hat die Vermutung. Ich will noch nicht mal sagen, man hat die berechtigte Vermutung. Man hat die Vermutung. Und man wünscht sich das auch sehr, dass die Entrückung vor dieser 70. Jahrwoche sein möge. Aber wirkliche Belegstellen aus der Bibel hat man nicht. Und wenn man die Gründe anschaut, die aufgerufen werden, dann ist das zu wenig. Und mit Verlaub, das, was ich jetzt hier abgeliefert habe, ist, glaube ich, deutlich mehr. Kann sich auch jeder aussuchen, welcher Lehre er dann da folgen will. Paulus sagt ja auch, da sei sich jeder auch gewiss in dem, was er erkennt. Nur das, was er verstanden hat, da soll er auch dein Leben nach. Das, was wir hier sehen in der 70. Jahrwoche, ist schon sehr detailliert und sehr ausformuliert. Und ich möchte auch noch mal, um so ein bisschen auch zu plaudern darüber, ein paar Fragen auch stellen, die einen vielleicht mal ein bisschen nachdenklich werden lassen. Niemand weiß, Niemand weiß, mit welchem Ereignis diese 70. letzte Jahrwoche beginnt. Schon mal drüber nachgedacht? Niemand weiß, womit diese 70. Jahrwoche, was ist das Ereignis, das die 70. Jahrwoche einleitet. Das weiß niemand. Das weiß niemand. Nur da kann man auch alle möglichen Leute nachfragen. Und da wird man überall Rätselraten sehen. Roger Liby hat in einer seiner Predigten, ich verlinke die auch gerne unten da in dem Kommentar-Ding. Der hat gesagt, die 70. Jahrwoche beginnt mit dem Zeitpunkt der Entrückung plus x Tage. Weil er sagt, okay, die Entrückung muss halt vor der Drangsal sein, was ich nicht sage. Aber das ist halt seine Sichtweise. Er weiß aber nicht, mit welchem Ereignis die 70. Jahrwoche beginnt. Das ist schon ein Thema, wo ich sage, Moment mal, wenn man so grundlegende Dinge von einer gewissen Sache nicht weiß, weiß man denn die anderen dann auch? Sind die denn dann auch belastbar? Und ich glaube, dass vielfach diese Auslegungen nicht glaubwürdig sind, nicht am Text sauber belegt werden. Und das spürt man auch, wenn man die hört, dass viele dieser Aussagen, zum Beispiel über den Zeitpunkt der Entrückung, zum Antichrist, zum falschen Prophet, zum dritten Tempel, dass das überhaupt keine Entsprechung in der Bibel hat. Das macht die Sache aber unbefriedigend. Und was ich auch sehe, ist oft, dass man diesen Zeitpunkt der Entrückung dann vermutet, vor der Drangsal, aber nicht sagen kann, was die Drangsal, was ist das denn für eine Drangsal? Was ist das für eine Trübsalszeit? Wer macht denn da Trübsal wem? Und wo findet das statt? Ist es weltweit? Ist es nun Israel? Macht der Antichrist-Trübsal dem Volk Gottes, also jetzt Israel? Oder macht der Antichrist-Trübsal den Christen? Was ist denn da überhaupt Trübsal? Und da muss ich ehrlich sagen, also da habe ich im Detail noch gar nichts von gehört. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Zeit. In der letzten Zeit, in den 70. Jahrhundert, ist in Israel aber auch weltweit. Aber Details und vor allem Schriftstellen, Schriftbelege, habe ich da keine für gefunden. Eine andere Frage ist natürlich die, Wer hält das Kommen des Antichristen auf? Paulus sagt ja, der, der es aufhält, muss zuerst hinweggetan werden. Wer ist das? Ja, sagen viele, das ist der Heilige Geist. Oder die Gemeinde. Und die Gemeinde muss erst entrückt werden und dann kommt der Antichrist. Warum sagen sie das? Weil sie an die Voreindrückung glauben. Deswegen muss die Bedeutung dort auch so sein. Das heißt, da ist der Wunschvater des Gedanken. Das Problem ist, dass hier von der Gemeinde gar nichts steht. Denn da ist ein Maskulin. Der, der wegtut. Nicht die Gemeinde hält auf. Also der, der aufhält, steht, sagt Paulus. Der, der aufhält, muss erst weggetan werden. Da steht nicht, die, die aufhält, muss erst entrückt werden. Das steht da nicht. Man muss genau hinhören. Paulus sagt nicht, die, die aufhält, muss entrückt werden. Die Klammern die Gemeinde. Und dann kommt der Antichrist. Das steht da nicht. Da steht, der, der aufhält, muss erst zur Seite geschoben, weggeschoben werden, wie etwas, was stört, was aus dem Weg geräumt wird. Also nicht etwas, was hinauf, Epi-Synagoge, hinauf versammelt würde. Epi für hinauf und Synagoge für Versammlung. Das ist der Begriff, den Paulus eigentlich verwendet, wenn er von der Gemeinde und ihrer Versammlung zu Christus spricht. Er spricht von Epi-Synagoge. Er spricht eben nicht davon, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, ich komme da nicht drauf. Er spricht nicht davon, dass etwas beiseite geschoben wird, aus der Mitte getan wird. Bei diesem jemanden, der aber den Antichristen aufhält und der aus der Mitte getan wird, da benutzt Paulus dieses andere griechische Wort und da steht halt nicht Epi-Synagoge. Meiner Meinung nach ist das, dass der siebte König, der aufhält, dass der achte kommt, denn der achte ist von den sieben, nämlich von den sieben Seelogidenkönigen und fährt in die Verdammnis. Johannes sagt, fünf dieser Könige sind schon gewesen, einer ist, das ist der sechste, der siebte ist noch nicht gekommen, wenn er kommt, muss er nur kurze Zeit bleiben und dann kommt der achte und der ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und ich glaube fest, dass Paulus das meint und nichts anderes. Und nochmal, man hilft sich über so eine Zwischenkonstruktion, muss man genau hinhören, ja der, der da weggetan wird, das ist der Heilige Geist. Das ist dann auch maskulin. Und dann sagt man, weil der Heilige Geist aber in der Gemeinde ist, sagt man dann, dann ist da die Gemeinde und die muss erst entrückt werden. Das ist nicht zulässig in der Bibel. Und dann müssen auch alle, die an die Vorentrückung glauben und darauf hoffen, müssen sich das sagen lassen. Ja, da kann man sich jetzt drehen und wenden und winden, wie man will. Manche sagen mir auch, ja, aber die Frage, ob die Entrückung vor oder nach der Trübsal ist, das hat ja wesentliche Auswirkungen auf unser Glaubensleben jetzt. Tatsächlich? Inwiefern? Will man sich nur bekehren, damit man jetzt nicht in die Trübsal muss? Inwiefern hat das Auswirkungen auf mein Glaubensleben? Meiner Meinung nach hat das überhaupt gar keine Auswirkungen auf mein Glaubensleben. Gar keine. Denn wenn ich Kind Gottes bin, dann folge ich Gott gerne nach. Da freue ich mich doch, dass ich bei ihm bin. Egal, was passiert. Es geht ja nicht darum, seine Haut zu retten, oder? Es geht ja darum, die Wahrheit zu erkennen in Christus Jesus. Egal, was uns das kostet, oder? War das nicht so? Würden das Christen in China unterschreiben? Ich denke schon. In Nordkorea? Ja, glaube ich auch. In Nigeria? In den islamischen Ländern? Unbedingt. Nur wir nicht, ne? Wir wollen vor allem noch schnell entrückt werden. Wir wollen Stern, auf den ich schaue, Mercedes auf der Motorhaube, mit Stern, auf den ich schaue, wollen wir gerne in den Himmel entrückt werden. Und wir westlichen Christen, wir wollen in gar keiner Weise auch nur irgendwie beunruhigt werden. Deswegen sind wir ja Christen geworden, damit wir keinen Stress haben, oder? Damit wir sagen können, ich komme in den Himmel und für mich ist alles geklärt. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt zu den Thessalonischen, wenn ihr Christen werdet, dann habt ihr eine Menge Probleme. Als Spurgeon zum Glauben gekommen ist, Spurgeon war ein englischer Prediger, sehr bekannter Mann, sehr begabter Mann auch. Und als der angefangen hat, die Bibel zu lesen, da hat er gesagt, oh, das gibt Ärger. Ich glaube, wir müssen uns bekehren, wir Christen, wir westeuropäischen Christen. Und zwar egal, in welcher Denomination wir sind, in welcher Landeskirche oder in welcher Freikirche, spielt überhaupt keine Rolle. Wir müssen mal neu überlegen, was wir überhaupt wollen. Wofür stehen wir überhaupt? Was wollen wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Was machen wir hier? Wofür nutzen wir unsere Zeit? Was glauben wir? Das wäre halt wichtig. Und das kann man an vielen Stellen sehen, da könnte man auch noch viel sagen zu, auch an anderer Stelle. Was ich zeigen wollte, ist nur, dass viele Auslegungen, die landläufig sehr verbreitet sind und die allgemein als gültig angesehen werden, relativ schnell zu hinterfragen sind. Keinerlei Bezug haben in Gottes Wort, zu falschen Ergebnissen führen und nachweislich einfach auch falsch sind. Und das spüren auch ganz viele Leute. Ich habe es nicht dabei belassen wollen, sondern ich erlaube mir einfach, ein anderes Modell zu zeigen. Und zwar zu zeigen, dass es eine alexandrinisch, diadochisch, seleukidisch, syrische Linie ist, die die Bibel zeigt, speziell vom Standbild. Und ich habe mir gezeigt, dass Jesus in Johannes 3 mit Nicodemus sehr, sehr viel mehr meint, als wir das gemeinhin in unserem Sonntagsschulwissen vermuten, sondern dass die Worte Jesus sehr, sehr viel tiefer gehen und dass man die Wiedergeburt im Alten Testament finden kann in Verbindung mit Jerusalem. Diese beiden Stränge, das heißt die Wiedergeburt Jerusalems, die Kenntnis davon und die Kenntnis von einer anderen Art und einem anderen Verständnis des Standbildes, diese beiden Dinge, die führen uns in komplett neue endzeitliche Zusammenhänge. Ich war selber absolut überrascht darüber. Ich habe mich total erstaunt, aber je länger ich das unterstelle, jetzt war ich gerade kurz unterbrochen, weil die Batterie von meinem Futterapparat war zu Ende, je länger ich diese These, die ich hier aufgestellt habe, für mich selber adaptiere und übernehme, desto mehr Bibelstellen werden plötzlich für mich klar. Der ganze Jesaja-Brief, der taucht plötzlich auf, der bekommt Struktur, der bekommt Inhalt, der wird verständlich, Joel wird verständlich, warum Joel zum Beispiel immer unterscheidet auf der einen Seite zwischen den Kindern Zion und den Kindern Judas und auf der anderen Seite den Kindern Israel. Klar, weil Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht. Es wird verständlich, warum Joel mehrfach davon schreibt, dass Sonne, Mond und Sterne verfinstert werden, und zwar dreimal. Einmal davon wird aber Sonne, Mond und Sterne zu Blut. Das kann man plötzlich dann einordnen. Es geht überhaupt nicht um Blutmonde, wie man immer so hört in der Presse, sondern es geht um diesen biblischen Zusammenhang, diese biblische Verbindung zu Joel. Und das sind für mich natürlich alles Dinge, die meine These für mich und ich hoffe auch für die, die zuhören, auch plausibilisieren und zuverlässig machen. Also, dass man die auch glauben kann und verstehen kann, weil die ihren Niederschlag in der Bibel findet. Das ist eigentlich so der Grund, warum ich diese ganzen kleinen Filmchen dann auch mache. Ich werde das auch noch mal in ein Buch zusammenfassen. Bevor das jetzt aber fertig wird, möchte ich gerne die Clips noch beenden. Und zwar haben wir ja jetzt in der letzten Folge uns angeschaut, wie dieser Ablauf in der Endzeit ist. Allerdings sind da so ein paar Aussagen auch gemacht worden, zum Beispiel wegen dieser verschiedenen Tage, 1290 Tage, 1300 Tage, 1335 Tage, fünf Monate etc., die ich noch begründen muss und belegen muss. Will ich auch gerne tun. Machen wir jetzt in der folgenden Reihe. Und da steigen wir dann wieder ein bisschen tiefer ein, nachdem wir so ein bisschen den Überblick haben. Wenn wir dann irgendwann am Ende sind, das wird so in zwei, drei Folgen, schätze ich, dann auch sein, dann ist die ganze Sache dann auch abgeschlossen, dann steht das grobe Raster. Mit dem Werkzeug kann man an viele, viele andere Bibelstellen dann auch rangehen. Gideon zum Beispiel, im Alten Testament und so weiter und so fort. Kann man dann gut verstehen. Und eigentlich müsste man das dann alles noch mal Revue passieren lassen, nachdem man weiß, wo man dann am Ende ausgekommen ist. Dann bekommen vielleicht auch die Folgen aus der Vergangenheit wieder mehr Inhalt. Und man versteht vielleicht die ein oder andere These oder Aussage dann noch mal besser. Das mal so als groben Rahmen. Wir steigen jetzt mal gleich ein in die kommende Folge und schauen uns mal an, wie wir die Aussagen, die ich jetzt gemacht habe, wie ich die begründe an der Bibel. Bis dahin, alles Gute, Gottes Segen, erfolgreichen Tag und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020